Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von GTA Vice City Uncard-Missionen. Ja, Uncard-Missionen, nicht nur Uncard, also ich spiele ja nicht das ganze Spiel durch, sondern nur die Missionen, die rausgeschnitten wurden. Ja, und da waren wir ja bei den Amokläufen. Hier ist bei dem Nummer 25. Bin hier in Little Havanna, irgendwo, nee, von dieser Bank, die mal für den Malibu-Clip fallen muss, das habe ich hier nicht aufgepasst. Wie viel? 25, okay, mit einer Schrotwinde, ach, Schrotwinde, finde ich doof. Aber egal, da werden wir schon irgendwie hinkriegen, hoffe ich jedenfalls. Wenn hier Gang-Mitglieder, ey, das sind verschiedene Gang-Mitglieder sogar. Was ist los? Aua, fuck, ich muss ja immer zweimal treffen hier. Bam, 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 und stirb, 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 nein, dann habt ihr brennte Kittel. Ey, wenn die sich gegenseitig über den Haufen schießen, habe ich nichts dagegen, solange ich dann den letzten Schlag verpasse. Gut, wie viel muss ich denn noch? Aber wir könnten hier ja mal einen noch aufstehen lassen hier. Wie sieht's aus? Ja, komm, und gleich wieder hinlegen. Wir haben noch einmal drauf, damit da auch wirklich tot ist. Was ist mit dir? Bam, direkt wieder umnieten. Komm, da gehen wir lieber mal vor zu denen. Anstatt als zu warten, bis da... Ah, komm, komm her. Stehst du wieder auf? Bleib liegen. So, hier gehen wir ein bisschen dichter ran. Bam. Komm, bleibt liegen, ihr Jungs. Hab ich die? Schaut so aus. So, die kriegen sich als selbst gegenseitig. Das ist ja cool. Was mit euch? Langsam nicht auf mich schießen. Ey, perfekt hier. Na, jetzt schießen sie doch auf mich, die Säcke. Bam, komm. Lasst euch doch umnieten hier. Was los hier? Bam, du liest den liegen, ja. Hast du auf, auf mich zu schießen? Ich bin hier... Oh, die Zeit geht langsam zur Neige. Oh, bitter. Bitter. Ein paar Sekunden nur noch. Scheißen, Dreck. Ficken. Mir geht die Zeit aus. Das gibt's ja wohl nicht. Nein, ich muss nochmal machen. Mist, verdammt da. Aber auch. Äh, wo ist denn diese... Mist, denn kacke, scheißen... Wo hab ich denn... Ah, hier. Meine Fresse, dann... Das heißt ja, in der Tat, ich muss das nochmal machen. Man, das hat so gut geklappt die ganze Zeit. Ich dachte... Man... Ah, es sind hier noch nicht die Bullen, die mir am Weg rumstehen. Ich glaube, ich... Ich kann ja leider nicht rennen mit der... Scheiß... Shotgun in der Hand. Ach, scheiß. Ihr Bullen, verzieht euch doch mal. Ach, der haut ab, gut. Dann lassen wir ihn mal abhauen. Meine Fresse, ich will hier den Amoklauf bestehen und nicht als nochmal machen müssen. Gibt's ja wohl nicht. So, jetzt gehen wir erstmal zu denen und... Bam. 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 So. Bleib doch liegen. Menschens... Du auch. Gut, die habe ich jetzt schon mal. 20 noch. Das ist dumm. 25 insgesamt. Bam, komm. So, die kriegen wir doch immer noch, die beiden. Die paar. So, 16 noch. Eine Minute noch übrig. So, ich glaube, die sind tot, da brauche ich nicht weiter drauf zu schießen, aber... Es sind keine anderen mehr da. Oh doch, da sind welche. Gut. Dann gehen wir ein bisschen dichter ran. Ja, nicht wegrennen. Ich glaube, euch brennt die Kittel. So, 10 noch. Gucken, ob wir das hinkriegen. Oh, da drüben sind ein paar. Ah, es sind aber nur... Oh, 5 Stück. Ah, 5 ist ganz nice. Bleib da. Bam. Mann, lass dich doch abballern, Mensch, du... Dreckskerl, du. Sechs Stück noch. Was ist mit denen? Oh, bitter. Bitter. Aber nur noch drei. Yeah. Jetzt schaffen wir's. Jetzt schaffen wir's. Wusst es doch. So, du hau mal schön ab. Und meine Sterne bin ich auch wieder los. Da drüben steht noch mein Motorrad. Wunderhübsch. Mit dem bin ich mich hergekommen. Ja, wunderbar. Dann haben wir den jetzt auch gestanden. Ja, gestanden, ja. Bestanden natürlich. Zwar im zweiten Anlauf erst, aber... Geschafft ist geschafft. Und... Muss ja nicht alles immer auf Anhieb klappen. Wenn's beim zweiten Mal klappt, ist's auch in Ordnung. Und... Nicht als der bulgäische Rumse hier. Und es werden bestimmt auch noch ein paar kommen. Also, mindestens einer. Weiß nicht, ob das jetzt vielleicht schon der nächste ist, aber es könnte sein. Wo ich möglicherweise mehrere Anläufe für brauche. Aber dazu dann, wenn's soweit ist. Macht's gut. Und ciao. No. Ah. Ah. Vielen Dank.